Heute bei Albitia laden wir Sie ein, die exotischen Gewürzmischungen von arabischem Ursprung namens Rals als Hanum zu entdecken. Wagen Sie, sie in einem besonderen Gericht mit Couscous zu probieren. In einer Pfanne brauchen wir 2 Esslöffel Olivenöl bei mittlerer Hitze. Sobald das Öl heiß ist, geben Sie das gehackte Gemüse dazu und würzen sie nach Geschmack. Wir schlagen die Verwendung von Aubergine, Soushine, Zwiebeln und roter, gelber und grüner Paprika vor. Und jetzt geben wir 1 Esslöffel Rass als Hanum dazu, das unserem Gericht einen echten marokkanischen Geschmack bringt. Das Gemüse 5 Minuten anbraten, indem wir ab und zu rühren. Gemüse in einer Schüssel anrichten, den Couscous dazugeben und gut zusammenmischen. Und unser Gericht ist fertig. Traditionelle marokkanische Geschmäcker, die schnell und einfach vorzubereiten sind. Gericht auf den Couscous dazugeben und gut zusammenmischen Geschmack. Gericht auf den Couscous dazugeben und gut zusammenmischen Geschmack. Gericht auf den Couscous dazugeben und gut zusammenmischen Geschmack.